herzlich willkommen zum abend talk heute am dienstag den 27 oktober 2020 mein name ist norbert giesow ja in den weiten des internets habe ich heute ein wenig eine diskussion verfolgt wo sich buddhistisch interessierte menschen ausgetauscht haben darüber welche praxis denn was bringt und da ging die einhellige meinung dahin dass beispielsweise ein bis zwei stunden meditation oder praxis ein überhaupt nicht weiterbringen würde nur wenn man sein gesamtes leben der praxis widme hätte man überhaupt eine chance tiefe erkenntnis tiefe einsicht tiefen einblick in die wirklichkeit erleuchtung zu erlangen und als ich das so las merkte ich so ein gewisses gefühl was sich oft bei mir zeigt wenn ich spüre oder intuitiv weiß dass das nicht wirklich wahrheit ist was dort gesagt wurde auch wenn das sehr kenntnisreiche menschen waren und da fällt mir eine anekdote aus dem zen buddhismus ein die ich aber hier jetzt aus dem gedächtnis heraus zitiere ein meister traf seinen schüler eines tages an wo wie dieser meditationshaltung saß und der meister fragte den schüler was machst du da und der schüler sagte ich meditiere und der meister fragte warum meditierst du denn der schüler sagt ich meditiere weil ich möchte ein buddha werden oder zumindest erleuchtet werden der meister sagt so so nickte zweimal und zog sich wieder zurück nachdem der schüler seine meditationspraxis beendet hatte suchte er den raum auf wo er meistens den meister zu finden hoffte und er sah den meister wie ein ziegel mit einem tuch rieb und er fragte den meister was was machst du da und der meister sagte ich reibe an diesem ziegel ja und der schüler fragte den meister ja warum reibst du an dem ziegel ja ich reibe da raus weil ich möchte daraus einen spiegel machen und da sagte der schüler das ist völlig unmöglich dass du durch reiben des ziegels daraus einen spiegel formst und da sagte der meister es ist unmöglich dass du auf diese art und weise erleuchtung gewinnst daraufhin bekam der schüler wie es ja oft im zentrum ist unmittelbare einsicht in die wirklichkeit es ist im grunde so dass ja der wichtiges buddha oder der weg der erkenntnis dass dieser weg ja im grunde ein um programmieren unserer weltsicht ist ohne diese dieses um programmieren unserer weltsicht haben wir tatsächlich keine chance die wirklichkeit zu erfahren oder sogar aus in höheres dasein zu kommen weil wir ja einer grundlegenden illusion auf erliegen nicht oder sogar vielen grundlegenden illusion auf erliegen wir glauben beispielsweise dass wir eine person sind dass wir ein ego sind wir glauben beispielsweise dass das glück unseres lebens daran besteht dieser person diesem ego möglichst das zu geben oder zu besorgen oder im leben zu arrangieren von dem wir eben glauben dass es diese person dieses ego glücklich macht wir glauben auch dass wir dieser körper sind oder zumindest diesen körper haben und sehen uns quasi wie ellen watts es mal gesagt hatte als ein von haut umgebendes ich mit der schaltzentrale meistens im kopf und wir glauben dass wir dass uns eine äußere eine objektive welt gegenüber steht und dass aus dieser welt heraus es mir möglich ist glück zufriedenheit was auch immer herauszuziehen dass ich mich nur genügend bemühen muss um glücklich zu sein in dieser welt und das beruht eben auf vielen oder einigen illusionen und natürlich kann man aus der sicht heraus also aus der verblendeten oder aus der sicht der täuschung aus der sicht einer anderen auffassung heraus kann man diese andere sichtweise oftmals gar nicht bedenken das heißt es erfordert auf jeden fall schon mal die bereitschaft das was ich bisher für wahrheit gehalten habe zu hinterfragen und das bedeutet eben auch sich von all dem frei zu machen was uns über wenn wir es geschichtlich zeitlich sehen was uns über viele jahrhunderte jahrtausende beigebracht worden ist was gängige meinung ist was uns unsere eltern gelehrt haben was in den schulen uns beigebracht wird wo ja genau dieses weltverständnis weiterhin propagiert wird oder oder für wahr gehalten wird und dieser schritt ist eigentlich der entscheidende schritt ist ist sozusagen die entscheidende entscheidende bluenot in der ganzen geschichte nämlich dass wir dahin kommen diese dinge zu hinterfragen und uns die frage zu stellen was ist wirklich wirklichkeit wer bin ich eigentlich wirklich bin ich dieser körper bin ich diese person ist es eigentlich wirklich so dass ich aus der außenwelt dauerhafte freude dauerhaftes glück dauerhafte zufriedenheit gewinnen kann und mit der zeit kann man ihm erfahrungen machen oft auch auf dem erkenntnis weg dass das nicht so ist das ist sozusagen überhaupt erst mal der die akt die eingangs pforte auch jetzt zum weg denn vorher wird ja alles was ich tue die übungen das was ich lerne meditationen zu irgendwelchen weisen menschen fahren wird mich ja immer in meinem glauben bestärken ich tue jetzt was für mich damit es mir besser geht also ich stärke quasi die person ich stärke beziehungsweise das ego was ich dann von einem normalen menschlichen ego könnten wir sagen zu einem spirituellen ego entwickelt aber letztlich die grundillusion also den glück und irrglauben dessen noch nicht wirklich hinterfragt hat wenn wir aber diese dinge hinterfragt haben wenn es schon gewisse erkenntnisse in uns geht dann können wir durch die tür gehen und es gibt ja durchaus spirituelle meister oder auch richtungen die sagen dann beginnt eigentlich erst wirklich der schulungsweg und dieser schulungsweg ist vor allem eben dann eine geistige umprogrammierung weil es in uns natürlich gedanken und strukturen und emotionen und eine geschichte gibt und ein ego was sich mittels schmerzkörper und aller möglichen mechanismen auch indem es sich unseres verstandes bedient um uns bestimmte dinge einzureden an seine existenten klammern wie ein gespenst was nicht als gespenst erkannt werden will und das ist eben der weg dieses umprogrammierens und auf diesem weg des umprogrammierens da ist tatsächlich praxis also meditation und umgänglich hilfreich und nachhaltig und zum ziel führend weil wir in der meditation eben uns ja einmal von den sinneseindrücken abwenden nicht beispielsweise mit geschlossenen augen sehen wir nichts man soll einem einen möglichst stillen ort meditieren man hört also auch nichts man ist natürlich während des nichts das heißt man schmeckt auch nichts möglichst auch nichts bedeutsames zum riechen sollte dort sein und natürlich ist das tasten weiterhin da weil wir in unserem körper rum tasten aber im laufe der meditation durch ein fixieren auf einen sammeln auf das meditationsobjekt wie beispielsweise den atem übersteigt man ja dann auch den den körper und gerät eben in eine eine geistige oder daseins schwingung die jenseits der sinnes zugriffe ist und da beginnt eigentlich erst der geistige weg wirklich und dann kann man eben erfahren dass vieles von dem wir eben glaubten und glauben dass wir das sind oder dass das wirklichkeit ist nicht wirklichkeit ist man kann eben dann auf diesem weg auch ganz allein aus sich selbst heraus glücks zustände der stille der ruhe der einheit der raum öffnung der geistesgegenwart erfahren wenn auch vielleicht nur für kurze momente oder auch für längere momente die einem ganz klar deutlich machen da liegt eigentlich das wahre glück und das interessante ist dass hier das wahre glück und die wahre innere zufriedenheit oftmals in einem weniger besteht weniger gedanken weniger zugriff weniger sinnes zugriffe weniger konsum weniger ablenkung weniger kommunikation bringt komischerweise positivere gefühlszustände hervor eine gewisse übung und ausdauer vorausgesetzt das also unumgänglich und wenn wir dann auf diesen schulungsweg gehen der inneren umprogrammierung werden wir natürlich durch unsere alten gewohnheiten durch die menschen durch die strukturen die welt unser karma immer wieder herausgefordert weil immer wieder alte welt sich die welt sich immer wieder meldet und uns quasi wieder ins alte zurückziehen will und so schwimmen wir quasi in gewisser weise wie die lachse gegen den strom und wenden uns im laufe dessen ja von vielem ab was eben unseren schulungsweg behindert oder verlangsamt und auf diesem schulungsweg sind dann eben vor allem drei übungs bereiche von wichtigkeit das ist auf der einen seite ethik oder sittlichkeit das ist zum zweiten eben das training geistes training und zum dritten eben durchdringende erkenntnis und das üben wir dadurch dass wir im sittlichkeitsbereich eben möglichst wenig unheilsames negatives karma erzeugen indem wir uns abwenden davon recht zu behalten und durchzusetzen unbedingt alles haben zu wollen alles bekommen zu müssen sondern wir nehmen abstand davon wir bemühen uns mit fühlen liebevoll verbunden mit den lebewesen die unseren weg kreuzen um zu gehen wir befolgen die fünf tugend regeln oder silas keine wesen schädigen vor allem nicht töten nichts nicht gegeben ist nicht nehmen also vor allem nicht stehlen in der rechten rede uns zu üben also nicht durch worte andere menschen zu verletzen sondern positiv wohlwollend heilsames verbreiten zu kommunizieren oder es zu lassen wir üben uns darin im sexuellen bereich keine fehlhandlungen mehr zu begehen und wir üben uns darin unseren geist klar zu halten indem wir ihm nicht mittel oder dinge zu führen die ihn noch zu noch mehr fällt wirren oder unsere weltsicht noch mehr verzerrt als es ohnehin ist damit erzeugen wir quasi immer weniger negatives nach unten ziehendes karma und immer mehr positives nach oben ziehendes karma was unser leben dann abhängig von unserer individuellen gestaltung im zeitverlauf immer leichter macht so dass wir immer weniger stress oder mühen in der außenwelt haben die wir ja sowieso schon durchschaut haben und dadurch wird energiefrei für unseren schulungs weg und da gilt es eben jetzt besonders auf unsere handlungen das ist immer dass wenn man etwas tut ist es immer nachhaltigsten auf aber auch auf unsere sprache also sprache ausgesprochene gedanken haben macht und dann als drittes auf unsere gedanken zu achten und wenn wir da das immer mehr verfeinern dann erhöht sich auch unsere innere schwingung und dadurch entsteht auch mehr motivation und lust die stille zu gehen meditation zu üben und daraus heraus entstehen dann eben die eben beschriebenen erfahrungen und daraus entsteht eben auch durchdringende erkenntnis die dann eben kein angelesene mehr ist oder das wiederholen von einem meister oder einem guru oder jemanden dessen worte wir nachsprechen ohne sie wirklich verinnerlicht zu haben dann werden wir selber zum weg und auf diesem weg heraus transformieren wir quasi unser ganzes wesen und gelangen dadurch eben in andere geistige zustände bis hin eben dann in den buddhistischen weg zum nirvana oder nirvana eben zu verlöschen sozusagen und die erkenntnismäßige eingangsstufe das ist das durchtrennen der ersten und nach unten ziehenden fessel der persönlichkeitsansicht das ist eben dass wir dann wissen und erfahren haben oder zumindest einmal eine durchdringende erkenntnis dessen haben dass wir nicht diese person sind dass wir nicht unser ego sind dass wir nicht diese sinnenmaschine sind sondern dass wir auf gewisse weise damit verbunden sind dass wir immer wieder damit identifiziert sind dass wir aber in wirklichkeit etwas anderes ist was man mit freiheit licht raum nichts wie auch immer bezeichnen könnte wobei die worte der bezeichnung natürlich wieder in eine polarität gehen und daher wieder die welt aufbauen deswegen heißt es ja auch im taute king heißt es ja auch die wahrheit von der gesprochen werden kann ist nicht die wahrheit deswegen versuche ich manchmal in diesen videos eben das unmögliche über die dinge zu sprechen wo ich genau weiß dass das zu übersprechen sie eigentlich eher verschleiert aber ich weiß auch dass es unter euch eben auch menschen gibt die das auch verstehen und den einblick in die wirklichkeit genommen haben und die auf diesem weg sind und deswegen dieses video euch zu bestärken dass kein moment der übung versäumt ist oder verschwendet ist dass auch die zweifel dazugehören und bearbeitet werden müssen und dass dieser weg der im grunde eine abkehr ist von dem üblichen dass dieser weg früher oder später glück frieden und stille mit sich bringen wird und uns das beschieren wird zuerst wenig dann immer mehr wonach wir uns wirklich sehen nämlich geistesfrieden denn das ist das was uns am meisten belästigt ist im grunde die und das unedle umgehen mit einem unserer werkzeuge mit unserem verstand indem wir nämlich dem verstand erlauben unser her zu sein anstatt wir lernen zu erkennen dass ich auch nicht mein verstand bin und dass mein verstand praktisch wie mein körper ist auf einer gewissen ebene wo es darum geht dass ich ihn auf möglichst heilsame art und weise lenke dass ich also zum lenker meines verstandes und meiner gedanken werde zumindest immer mehr und mich daher davon schon befreie und diese befreiung ist schon der erste schritt zur größeren freiheit und zur erkenntnis der der durchdringen dass der durchdringenden positiveren schwingung in der man dann lebt die dann natürlich dieser weg gehört da nicht aufgeht dann immer weiter und führt dann letztlich eben auch in den geistesfrieden und das ist das was wir uns eigentlich im tiefsten inneren wünschen ja soweit meine ausführung so ob zum heutigen thema weiß gar nicht wie ich das nennen soll vielen dank fürs zuhören und zusehen morgen früh auf dem anderen kanal wieder die tag das tages horoskop für heute wünsche ich allen die das heute sehen einen schönen abend und sage tschüss und bis bald bis bald